Dremler, Achtung, Rummenigge, Abseits wird reklamiert und Tor. Riesenjubel auf der einen Seite, Empörung auf der anderen. Die HSV-Spieler eilen zum Linienrichter, bedrängen ihn. Wir zeigen Ihnen das natürlich alles noch einmal. Passen Sie auf, Dremler, jetzt der Pass. Und da ist Groh noch ein ganzes Stück hinter Rummenigge. Der macht das 1 zu 0 in der 80. Minute. Wohl dem, der einen Rummenigge hat, selbst dann, wenn er angeschlagen ist. Und noch einmal, besonders langsam. Schauen Sie auf Rummenigge rechts, da kommt der Pass. Und da ist Groh noch zwei Meter näher zum eigenen Tor, als der Schütze zum 1 zu 0. Die letzten zehn Minuten verliefen im Münchner Olympiastadion ziemlich hektisch. Es gab noch mal vier gelbe Karten.